Tagesinfos zum 8. Juli 2011 Freitag, Sonnenaufgang Stuttgart, 5.30 Uhr morgens, Sonnenuntergang 9.28 Uhr abends, Tageslicht 15 Stunden und 58 Minuten, 27. Kalenderwoche 189. Vortrag, zunehmender Mond, Tübinger Stadtfest, Seeweg nach Indien, Wall Street Journal, UFO-Meldung, 1. Zepra-Streifen, Ende des Sommermärchens, Geburtstag hinter dem Morgen, Todestag, Vivian Leib, tödliche Gedenktage, Heiliger Thiljan, Namenstage Amelie, Edgar Thiljan, Theo Wald, Druckkanzinale, neuer Bischof in Augsburg, Wien-Kaltenkrieg, Integrationskurse, Solarflugzeug fliegt auch nachts, Rekordaußenhandel, DAX auf 6.000, nicht mit leeren Händen.